Das ist Gift für die Demokratie. Dieser Eindruck, wenn Wählerinnen und Wähler meinen, es zahlt sich eh nicht aus zur Wahl zu gehen, weil die, die reich sind, richten es sich mit bestechlichen Parteien. Das ist das große Problem, das wir in dieser Republik haben. Und da ist Gefahr im Verzug und deshalb haben wir diesen Antrag gestellt. Wieso fühlen Sie sich da jetzt betroffen? Wieso regen Sie sich so auf? Sagen Sie mir das. Sagen Sie mir das. Ich habe gesagt, der Eindruck entsteht. Es entsteht der Eindruck, dass Menschen, die reich sind, Politik beeinflussen können, stärker beeinflussen können.